Hallo, hier ist Python. Das Ninja-Pokémon Quaijutsu ist auf dem Weg nach Paldea und zwar wie Glurak und Libalow als Titan in den nächsten 7 Sterne Raids. Der erste Termin dafür ist das Wochenende vom Freitag, den 27. Januar, 0 Uhr UTC, bis zum Sonntag, dem 29. Januar, um 23.59 Uhr. Und dann gibt es nochmal die Chance im Februar vom 10. bis zum 12. wieder übers Wochenende. Bedenkt, dass diese Zeitangaben in UTC sind. Also nicht verwirren lassen, bei uns geht es dann eine Stunde später los. Quaijutsu wird natürlich auch das Titan-Abzeichen haben, hat außerdem den Gift-Terra-Typen. Und wie bei den Titanen zuvor, kann es ein einziges Mal pro Spielstand gefangen werden. Raiden könnt ihr ihn unabhängig davon, so oft ihr wollt. Um Quaijutsu-Raids selber finden zu können, müsst ihr mit dem Spiel komplett durch sein, könnt aber natürlich auch bei Freunden beitreten. Fürs erste ist das auch der einzige Weg, Quaijutsu zu fangen. Vergesst nicht, euch etwas vorzubereiten. Denn Quaijutsu ist hier mit dem Terra-Typ Gift wirklich nochmal schwierig gestaltet. Die Boden- und Psychoschwäche deckt es perfekt mit seinen Grundtypen ab. Aber wir werden für ihn auf jeden Fall gute Sets finden. Schauen wir uns dann später nochmal in Ruhe an. Während dem Quaijutsu-Event werden Bronzong und Lucario in 4 und 5 Sterne-Raids auftauchen. Die sollen wohl auch helfen. Wir werden hier sicher aber noch etwas Besseres finden. Und damit soll das hier als erste Info erstmal reichen. Merkt euch die Termine. Quaijutsu will man auf keinen Fall verpassen. Und bis dahin, macht es gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao.